Hi, mein Name ist Johanna und ich studiere in Neu-Ulm und absolviere gerade mein Praxissemester bei der Casper Geländefahrtsage G im Bereich Marketing. Mein Aufgabenbereich ist relativ breit gefächert, also meine Hauptaufgabe ist die Betreuung der einzelnen Facebook-Kanäle, zum Beispiel Content-Erstellung oder Beantwortung von Anfragen. In letzter Zeit habe ich hier auch viel mit YouTube und Instagram gearbeitet und sonst mache ich viele, viele kleine Aufgaben, also kleinere Dokumente gestalten, zum Beispiel jetzt letztens gerade eine Verpackung, dann schneide ich Videos oder sowas in die Richtung. Außerdem habe ich ein paar Projekte angestoßen und darf sie auch bis zum Ende selber betreuen. Was mir in den Aufgaben gut gefällt, ist, dass ich durch die verschiedenen Bereiche in alles mal reingucken kann, also alle Bereiche des Marketing, also Presse, Social Media, Fotografie, normales Marketing. Und ich darf selbstständig arbeiten, also klar kann ich immer Rückfragen stellen, aber im Großen und Ganzen kann ich schon sehr frei arbeiten.